Mit Singapur und Hongkong wird dieser Ort in einem Atemzug genannt. Die City, der Superlative, und das ist Dubai. Mit über 3 Millionen Einwohnern aus den verschiedensten Nationen der Welt, ist die Stadt Dubai die größte der Vereinigten Arabischen Emirate. Nur 20% der Bewohner sind Einheimische. Eine Reise in die Vergangenheit erlebt man im alten Dubai Museum. Auf einer Fläche von 25.000 Quadratmetern kann man hier in die Emiratische Kultur eintauchen. Der Besucher bekommt hier Bilder, Fotos, Pavillons, und interaktive Exponente, und vieles mehr, von den Vereinigten Arabischen Emiraten, zu sehen. Nun geht's, mit einer Schiffstour, über den Dubai-Krieg. Bevor, in Dubai, der Ölhandel, regierte, war, der 14 Kilometer lange Dubai-Krieg, ein Handelshafen, wodurch Obst, Fisch, und Perlenhandel, Geld verdient wurde. Keine, Angst, Krokodile, und Alligatoren, gibt es hier im Fluss nicht. Richtung Himmel, und immer höher. Dubai ist die Stadt, mit der weltweit, höchsten Anzahl, an Wolkenkratzern, mit Höhen, von über 300 Metern. Sie ist, eine Stadt, der Extreme. In keiner Metropole, der Welt, endet sich das Stadtbild, so rasend schnell, wie in Dubai. Wolkenkratzer, Hotels, Shopping-Center, und künstliche Inseln, werden dabei, immer höher, größer, und ausgefallen. In der Skihalle, von Dubai, können, 1500 Menschen, gleichzeitig, Skifahren, oder Snowboarden. Die Vereinigten, Arabischen Emirate, sind eine Föderation, von sieben Emiraten. Neben Dubai, gehören, Abu Dhabi, Atschman, Futschera, Ras Al-Jaima, Shah Shah und Um Al-Quaibain dazu. Die Hauptstadt ist Abu Dhabi. Die Dubai Mallon, direkt, neben dem, Burli Khalifa, ist, mit über 1200 Geschäften, und über, 150 Restaurants, das, größte Shopping-Center, von Dubai. Im Inneren, kann man, als erstes, das Dubai-Aquarium, kostenlos, von außen, bewundern. Wenn, ihr bereit seid, Eintritt zu zahlen, dann, könnt ihr, im Aquarium, noch tiefer, in die Unterwasserwelt eintauchen. Man kann, durch einen, fast 50 Meter langen Glas-Tunnel spazieren gehen, und viele Tiere, wie bunte Fische, Wochen, Haie, und andere Meeresbewohner bestaunen. Die Währung, in Dubai, ist, der Dhaben. Vor Ort, kann, man Geld, zu einem, schönstigeren Kurs, als in Deutschland, umtauschen. Einen Euro, entspricht, ca. 3,908 Dhaben. Eine weitere, spektakuläre Attraktion, im größten Einkaufszentrum der Welt, ist der 22 Meter hohe, Dubai-Mann-Wasserfall. Man kann, ihn schon, von Weitem hören, und wenn man davor steht, wird es auch, etwas, kühler. Am künstlich, angelegten See, Burj Khalifa Lairdok, befindet sich, Dubai Fountain, die größte Wasserfontäne, der Welt. 100.000 Liter Wasser schießen hier, auf eine Breite von 275 Metern, und einer Höhe, von 150 Metern, in die Luft. Der, Burj Khalifa, befindet sich, direkt, neben dem Einkaufszentrum. Und, er ist mit 828 Metern, der größte Wolkenkratzer der Welt. Also, auf geht's, nach oben. Mit einem, der schnellsten, Fahrstöder der Welt, geht es in 55 Sekunden, bis auf die, in 430 Metern, Höhe, legende, Aussichtsplattform. Es gibt zwei, Plattformen, von, wo man, auf Dubai, schauen kann. Zum, einen, dem 148. Stockwerk, und 555, Metern, Höhe, befindliche, Sky Lounge, die aber, keine Rundumsicht bietet. Und, und zum anderen, dem, 124. Stockwerk, und 430 Metern, Höhe, befindliche, 360 Grad, Plattform. Und, auf der, befinden wir uns gerade. Und, von hier, kann man, rund um, den Burj Khalifa, herumspazieren, und die Stadt Dubai, von jeder Seite, aus bewundern. Dubai, ist das extravagante, Handels, und Wirtschaftszentrum, des Nahen Ostens. Die Drehscheibe, für Waren, Finanzen, und Dienstleistungen. Geschäftsreisenden, ist das liberale, Emirat, schon länger, ans Herz gewachsen. Denn, regelmäßig, finden hier, große Kongresse, und Messen statt. Neben Sonne, Strand, und klarem Wasser, locken Luxushotels, zum, zollfreien Einkauf, und sehr guten, Sportmöglichkeiten. Die Restaurants, präsentieren, die großen Küchen, der ganzen Welt. Das an Abu Dhabi, und Sharia, grenzende Dubai, besitzt 70 Kilometer Küste. Ö, das schwarze Gold, verhalf dem 4000 Quadratkilometern großen, und, zu über 90 Prozent, aus Wüste, bestehenden Emirat, zu Gärten, Parks, und Golfplätzen, sowie, zu Hochhäusern, und, modernen, Palästen. Die Emirate, sind durch vier, und sechsspurige Autobahnen, begrünt, und nachts, beleuchtet. Schilder sind zweisprachig. Die Höchstgeschwindigkeit, beträgt in der Stadt, 50 Stundenkilometer, und 100 Stundenkilometer, außerhalb, gechlossener, Ortschaften. Frauen genießen hier absolute Sicherheit. Belästigungen sind verboten. Das Leitungswasser ist einwandfrei Mineralwasser. In Flaschen wird überall angeboten. Impfungen sind nicht vorgeschrieben gegen Typus und Polio, jedoch empfehlenswert. Ein Mittel gegen Darmakrankungen sollte man von zu Hause mitnehmen. In den staatlichen Krankenhäusern und Ambulanzen, ist die Notfallversorgung, kostenlos. Jumeirah, Yerl Ali, und, da Irak, an der wir gerade vorbeifahren, sind die berühmten, palmenförmlichen, Inselformationen, von, dabei, und sind die größten, künstlich aufgeschütteten, Inseln, der Welt. Die Monnerie, eine Magnetschwebelbahn, handelt, zwischen Dubai City, und dem, Hotel Atlantis. Das Atlantis Hotel, das sich, auf Jumeirah befindet, ist auch einen Besuch wert. Das Hotel, verfügt über 1539 Zimmer, und Zügen. Es bietet, dem Gast, und auch, Besuchern, sich, Shows anzusehen, oder in, Flux, sich zu vergeben. Die beste Reisezeit, ist von Oktober, bis April, denn, von Mai, bis September, ist es, mit 40 Grad, zu heiß, in Dubai. Schöne Grüße, aus Dubai. Im Hintergrund, ist, das vierthöchste, und eines, der luxuriösesten, und teuersten, Hotels, der Welt zu sehen. Das, Buri Al Arab, ist ein segelförmliches Bauwerk, mit Hubschrauberlanderplatz, und gilt als Dubai's, Wahrzeichen. Es bietet, einen, Anblick, den man, von einem, Hotel, so, nicht, erwarten würde. Das Hotel, hat eine Höhe, von ca. 321 Metern. Eine Übernachtung, im Buri Al Arab, kostet, zwischen, 1500, und 25.000 Euro.